Nachdem an vielen Ecken Broschüren ausliegen, macht es wenig Sinn, ein Video über die Stadtumlandbahn selbst zu machen. Was jedoch noch niemand gemacht hat, ist die Fahrzeiten der heutigen Busse mit den Fahrzeiten der zukünftigen Stadtumlandbahn zu vergleichen. Dies macht der Fahrzeitenrechner auf der Webseite der Stadtumlandbahn möglich. Für die heutigen Fahrzeiten kann man ganz einfach auf den Fahrplan schauen. Zwischen dem Wegfeld und der Reutlesser Straße wird die Stadtumlandbahn parallel zu den heutigen Linien 20 und 30 fahren. Die Haltestelle Reutlesser Straße, heute im Nirgendwo gelegen, wird dabei näher an die Orte Reutless und Großgründlach heranwachsen. Zwischen Reutless und Tennenlohe braucht die Linie 290 heute vier Minuten. Wobei die zukünftige Stadtumlandbahn natürlich nicht am Wetterkreuz halten wird. Ihre Haltestelle wird etwas weiter westlich, in unmittelbarer Nähe zur Haltestelle am Weichselgarten liegen. Hier braucht die Linie 295 drei Minuten zur Haltestelle Skulpturenpark. Zwischen dem Skulpturenpark und der Erlangen Süd braucht sie sechs Minuten. Die Direktverbindung gibt es nicht mehr, seit jeder Dreißiger ein Eilbus ist. Hier wird die Stadtumlandbahn die technische Fakultät erschließen. Zwischen der Haltestelle Erlangen Süd oder zukünftigen Haltestelle Freies Lebensstraße, die leicht nördlich der Haltestelle Roncallistift errichtet werden soll, gibt es heute keine Verbindung. Sechs Minuten braucht man hier zu Fuß. Ab der Geppertstraße entspricht der Verlauf der Stub wieder dem Verlauf der Linie 30, wobei hier zahlreiche Buslinien parallel verkehren. Wird die Stub gebaut, wird auf dieser Hauptverkehrsachse deutlich weniger Busverkehr herrschen. Denn natürlich bedarf der Bau der Stub, einer Neuordnung des Busnetzes. Hier ist die Stub etwa gleich schnell wie die heutigen Stadtbusse. Anstatt wie die heutigen Buslinien geradeaus in die Innenstadt zu fahren, wird die Stub an der Kreuzung der Nürnberger Straße und der Werner-von-Siemens-Straße rechts abbiegen und im Verlauf der nur selten verkehrenden Linie 296 folgen, um Siemens anzubinden. Obwohl sie heutzutage keine Haltestelle an der Stelle der zukünftigen Stub-Station hat, braucht die Linie 296 etwa eine Minute für diese Strecke. Am Langemarktplatz folgt die Stadtumlandbahn wieder dem Verlauf heutiger Linien, wobei die Fahrzeit zwischen dem Langemarktplatz und dem Hauptbahnhof wieder in etwa gleich lang sein wird wie heute. Die größte Verbesserung wird die Stub wohl zwischen Erlangen und Erlangen-West bringen, wo die Busse heutzutage einen Umweg über Sakt Johann fahren müssen, eine Strecke, auf der es sich auch oftmals staut. Die heutigen zwölf Minuten im Fahrplan sind daher der Idealfall und entsprechen nicht immer der Realität. Auch in Büchenbach ist man entsprechend schneller. Zwischen Endhaltestelle wird am Nahversorgungszentrum am Rudelsplatz sein, wo Busse bereits heute an der Haltestelle Lindnerstraße enden. Wenn die Stub kommt, wird die Haltestelle wie früher wieder Möhnaustraße heißen. Ab hier gibt es keinen Verkehr mehr, auf der zukünftigen Stub-Trasse. Hier würde es keinen Sinn machen, die Fahrzeiten zu vergleichen. Interessant wiederum sind die Fahrzeiten nach Herzogenaurach und in die Herzogbays. Zwischen der Herzogbays mitsamt Adidas und Puma und Erlangen braucht man heute mit der Linie 224 Minuten. Nach Herzogenaurach selbst nimmt man am besten die Linie 201. Sie hält, anders als die zukünftige Stub, am Busbahnhof an der Schütt. Alle städtischen und Überlandlinien halten heute am Busbahnhof an der Schütt. Sollte die Stub kommen, wird ein Knotenpunkt zwischen Tram und Bus, wie eben am Wegfeld heutzutage, etwas südlich entstehen. Interessant ist auch, sich die Fahrzeiten zwischen den wichtigsten Zielen entlang der Stub anzuschauen. Zwischen den Nürnberger Norden und Erlangen ist die Fahrzeit der Stub wegen der Umwege sogar etwas länger als mit der heutigen Linie 30. Allerdings entfällt das Umsteigen am Wegfeld und die Staus, sodass die Stub in der Praxis doch schneller sein dürfte. Abgesehen davon, dass es für den Fahrgast bequemer ist, sitzen bleiben zu können. Im Innenstadtbereich ist die Stub etwa gleich schnell wie die Busse. Deutlich schneller ist sie aufgrund der neuen Brücke in Büchenbach und in Herzogenaurach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.